ja hi ich melde mich mal kurz ich habe lange zeit überlegt ob ich das jetzt in dieser art mache eine neue rede runde und zwar seht ihr ja dass jetzt nicht so wirklich viel kommt eine woche konnte ich noch durch vorproduzieren quasi drüber hin weg bringen ja wie gesagt kann auch sein dass ich das hier runter nehme ich bin mir grad echt unschlüssig es ist kompliziert momentan und zwar befinde ich mich aktuell in meiner ersten chemo die hat mich dann tatsächlich sogar die im ersten zyklus die ersten tage doch mehr als ich gedacht hätte aus der bahn geworfen wie es weiter wird weiß ich aktuell noch nicht gleich der hinweis ja zu sagen die chancen stehen wirklich sehr sehr gut deswegen gibt es halt gerade die harte chemiekeule das ist eine komplizierte situation grundsätzlich habe ich bock auch weiter zu machen ich habe absolut aktuell keinen antrieb und es kann sein dass ich zwischendurch mal wieder antrieb finde dann kommt auch was ansonsten wahrscheinlich dann erst danach ich weiß es aktuell nicht und ich wollte einfach erstmal diesbezügliche bescheid sagen nach dem video werde ich zumindest noch ein interview was ich eigentlich schon so fast fertig geschnitten hatte das zweite so grundsprecher interview von der lbm noch rumklagen und ansonsten sehen wir uns wenn wir uns sehen oder hören ich bin momentan auch wieder ein bisschen wieder in tarkhoff das lenkt tatsächlich sogar echt gut ab vielleicht streame ich da ein bisschen mehr auf twitch je nachdem wie es geht wo es geht dann erstmal von mir bis demnächst dann kommt